Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch für alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mesh Arena und zwar Modus Wettbewerb. Viel Spaß! Okay, mal wieder jeder GG. Wettroyal, sozusagen. Oh, hier ist direkt einer. Verstecken, aufladen. Okay, aufladen. Ja, das war wohl nichts. Und los geht es. So, eine Mist! Das ist mein Heiler dran. Okay. Scharfschütze, ja? Plasma-Kanon. Ich bin so viel stärker wie meine. Oh nein! Ich hab ja zwei Kills. Das gibt's doch nicht! Was soll ich dazu sagen? Kacke! Ah! Ich bin so viel stärker. 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 Das ist mein Kack. Ich bin so viel stärker. Oh nein! Platz. Na ja, eine von drei. Gut, dann gleich. Bis zur nächsten Runde. Okay. Jetzt wird es hoffentlich besser. Ja, okay. Wollte gerade sagen, schlechter kann es nicht werden, aber es kann auch schlechter werden. Was? Lade nach? Schneller? Oh, nein. Der hat mir meinen Kegel geklaut. Das gibt es doch nicht. 2, 1. Hm. Diese Sau. Gehe ich erstmal hier raus. Okay. Dahinten ist einer. 3, 2, 1. Okay, 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 okay. Fahr doch nicht weg. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Ah, ich habe keinen Schuss mehr. Ich habe doch keine Munition. Rache. Okay. Okay. Smackdown. Okay, okay, okay. Hammer. Nach links. Wutanfall. Okay. Das passt. Okay. Nemesis. Passt auf. Jawohl. 17. 17 Kids. Wow. Mein bestes Ergebnis. Oh. Erster. Zweiter. Nice. Punkte kassieren. Drei Quests fertig. Schön. Ach ja. Platz Nummer eins. Da sehe ich mich gerne. Dann würde ich mal sagen, in der Aufsorletzten Runde. Okay. Und die dritte Runde. Ich hoffe, die wird genauso gut wie ihn gerade. Das hat mir sehr gut gefallen. Nach rechts gehen. Geh up my way. Hey! Fack, 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 keine Munition mehr. Erster Kill. Zweiter Kill. Erster Kill. Erster Kill. Erster Kill. Erster Kill. nein auch mensch so So, dann jetzt hier rechts so einer. Ich bin an der Spitze. Rache, Rache ist gut. Ah, ich hab keinen Schuss. So, geht auch. Okay, ja. Super. Göttlich. Juhu. Nice. Wieder erster. Aufgehen wir nur mit denen hier. Oh, der ist auf den dritten Platz. Das ist aber nice. Erster und dritter und davor erster und zweiter. Und davor vergangen. Gut. Dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Ich geh noch mal bis zu den Punkten. Oh, den kann ich auch wieder wählen. Noch mal zwei Quests abgeschlossen. Ach, ja. Schön. Das finde ich gut. Dann sage ich, Dankeschön für den Zuschauern. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch mal nächstes Mal bei ihr seid. Bis dann, bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tau. ką pudritt Untertitelung des ZDF, 2020